Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Mittwoch, der 24.04.2019. Auch wenn einige vielleicht gelesen haben, dass heute der Freitag, der 24.04.2019 war, das war nur ein kleiner Fehler von mir. Aber was kein Fehler ist, sind heute wieder super leckere Spare Whips mit einer schönen Honig-Chili-Marinade, richtigen Honig drin. Und dazu gibt es dann eine schöne Grilltomate und grüne Brötchen. Denn ihr seht, heute haben wir einen Drehteller und frischen Kräuterquark und dazu noch gebackene Kartoffeln. Und ich würde sagen, das sieht auch wieder richtig gut aus, oder nicht? Hier den kleinen Überblick, wie gewohnt. Jong, 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 die Ripschen, die grünen Böhnchen, Grilltomaten, Grilltomaten mit frischem Basilikum, Olivenöl und Brösel, Brötchenbrösel. Und dann die Kartoffeln. Den Daumen hoch nicht vergessen. Bis nachher im Restaurant. Tschüss.